Ich bin Katrin Merkle, ich bin 46 Jahre alt und ich habe Heilpädagogik in Köln studiert, war 1999 fertig, habe dann Zusatzausbildungen noch absolviert zum heilpädagogischen Reiten und bin seit 2001 selbstständig. Mein Herz hat schon immer für die Pferde geschlagen von klein auf und ich habe da halt einfach eine Riesenleidenschaft für und bin total glücklich, dass ich meine Leidenschaft für die Pferde mit meinem Beruf verbinden kann und ich arbeite eben auch sehr gerne mit Menschen und da passt das perfekt. In der heilpädagogischen Förderung ist mir noch nie ein Klient vom Pferd gefallen. Im Reitunterricht passiert das natürlich schon mal das ein oder andere Mal, aber das ist die sogenannte Reitertaufe. Also ich gratuliere dann immer den Kindern oder Jugendlichen, dass sie jetzt halt in den Kreis der Reiter aufgenommen werden, denn wer noch nie den Sand geküsst, der kein echter Reiter ist und den Eltern sage ich dann Bescheid, dass sie eine Flasche Kindersekt oder wenn es jetzt Erwachsene wären, dass sie sich eine Flasche Sekt besorgen und auf ihre Reitertaufe anstoßen können. Erfüllend ist an meiner Arbeit, dass ich eben einfach die individuellen Fortschritte bemerken kann, die die Klienten, die zu mir kommen, eben machen, sei es jetzt die Muskelentspannung beziehungsweise Regulierung bei einem schweren Spastiker oder wenn ich ein Kind in der Frühförderung habe, dass das auf einmal viel sicherer laufen kann, dass es anfängt mehr Worte zu sprechen. Ich habe in verschiedenen Stellen angefangen mit dem heilpädagogischen Reiten, hatte dann einen Stall gepachtet in Aachen, wo ich mich auch sehr wohl gefühlt habe, aber die Pferde standen eben nicht bei mir am Haus. Wenn ein Pferd krank war, bin ich nachts zum Stall gefahren und mein Mann war viel weg beruflich, oft fünf Tage die Woche und dann war ein großer Einschnitt in meinem Leben 2005, schwanger mit dem zweiten Kind, sind wir dann hier in den Odenwald umgezogen, wo ich eben dann Haus und Stall in einem habe und das ist eben einfach sehr praktisch, wenn man Kinder hat und am Haus arbeitet, quasi immer verfügbar ist, mehr oder weniger, zumindest immer als Ansprechpartner. Die Kinder wissen immer, Mama ist da. Das ist schon sehr, sehr schön. Noch ein bisschen. So, das reicht auch jetzt. Meine Eltern sind vor ein paar Jahren auch hier in den Ort gezogen, was wir auch sehr genießen. Wir machen am Wochenende oft was gemeinsam, gemeinsames Frühstück oder wir kochen was gemeinsam oder wir unternehmen auch mal was gemeinsam. Also, das genieße ich sehr. Vielleicht ein Brett? Oh, eine Schüssel für die Äpfel wäre eine gute Idee. Ich bin jetzt mittlerweile seit 22 Jahren meistens glücklich verheiratet und habe eben drei Kinder und bin da auch sehr glücklich drüber, dass die gesund und munter sind und jetzt mittlerweile im Teenager-Alter. Und jetzt sind wir da eben so aus dem Versorgungsmodus raus und können eben einfach auch unheimlich viel zusammen unternehmen. Und das ist sehr wichtig für mich. Meine Familie ist eine große Stütze für mich und für meine Arbeit mit den Tieren. Bei der Versorgung der Tiere bekomme ich schon viel Unterstützung und ich bin auch sehr glücklich, dass meine Töchter das Hobby-Pferd beziehungsweise die Leidenschaft für die Pferde mit mir teilen. Das ist sehr schön. Wir als Familie fahren einmal im Jahr in Urlaub. Einfach mal die Füße hochlegen und nicht noch für 10, 12 andere Lebewesen verantwortlich zu sein. Und den Rest des Jahres genieße ich es aber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.